hallo und willkommen auf meinem kanal sieben tage gaming ich bin der stefan und wir sind heute wieder im spiel scum und natürlich wie immer bei uns auf dem server sieben tage gaming ein reiner pv server mit den hotshop und unseren allzeit beliebten willkommenspaket und das paket so ich gehe hier das letzte mal habe ich ja den frank mit aufgestellt ich habe mir ein paar sachen zusammengesucht damit ich das schloss machen kann war in der polizeistation unten im dorf und habe da natürlich auch ein schloss gefunden habe sie gleich eingebaut und habe hier angefangen die ersten fundamente zu setzen hat mir eine steinachs gemacht und ein bisschen umgekloppt geht relativ schnell aber heute möchte man das ein bisschen professioneller machen und schauen dass man zumindest hier diese reihe noch fertig bringen und dann die nächste reihe hier also drei reihen noch mal mit anschließen und sollte es eigentlich für das erste reichen und dann natürlich die wände und ein dach drauf aber dafür hole ich mir jetzt bei uns oder über unseren bot unser holzfälder paket und gleichzeitig können wir eigentlich auch noch unser tagespaket abholen das bekommt man sowieso immer jeden alle 24 stunden und das nehmen natürlich mit wenn es schon gibt umsonst ich würde sagen wir schalten mal rüber zu uns in den discord denn da läuft alles ab und dann gehen wir mal in den discord ich bin schon da hier gibt es das tagespaket wir haben noch ein medizin paket und da gibt es medikamente und natürlich dieses holzfälder paket es kostet 700 coins die habe ich schon verdient durch die spielzeit und das beantragen wir jetzt einfach einmal und dann schauen wir mal wie lang das ist dauert bis es im spiel auch geliefert wird bei package sagt und wir gehen wieder ins spiel zurück und es wird auch schon geliefert da steht das holzfälder paket und da kommt es auch schon eine motorsäge dabei werden es gleich sehen was alles drin ist sehr schön wenn ziehen kann ist da gut werde ich sagen das nehmen wir gleich mal wenn wir jetzt gar nicht so sicher ob das überhaupt und gefüllt ist stoff überprüfen haben wir rein was drin ist schüttelt da wenigen und her und wird nichts angezeigt entscheiden kann man machen jetzt verräumen erst einmal das zeug was hier alles rumliegt die zwei steine nehmen wir mit wir haben natürlich sind sicherheitsbrille ist ganz ganz wichtig und eine axt nehmen wir noch mit den helmen und die jacke so das hat alles gegeben im holzfälder paket das verräume ich jetzt gleich einmal mal gleich einmal in schrank rein habe ich gefunden großen generator in der garage ich gleich mitgenommen gleich gesichert da brauche ich die oxt ich lasse mal drin noch da rein und kommt noch daher und woher dann noch oben in sinkern ist es auch drin gut dann hätten wir auf alle falle mal den tumor darauf unser holzfälder paket da können wir gleich loslegen aber jetzt wollen wir uns noch schnell das tages paket bei uns im discord geht ja alles automatisch wo ist es denn das tages paket da drin ist es und gekauft und wird und natürlich im spiel geliefert das paket da kommt schon ich habe sie mich geändert mal schauen was drin ist die triche sie da drin der kaffee der wird immer drin sein mein lieblingsgetränk zwei eier dann haben wir candy bock nämlich und die bank reis und natürlich den zuckermais haben wir wieder was zum essen haben wir was zum trinken die milch könnte man doch eigentlich gleich mal ein schlückchen warum vom reis es mal eins und weiß war noch ein ei und müsste eigentlich schon wieder reichen das tun wir alles in den schrank rein es riecht man dann später alles ein wenn wir unterwegs sind heute müssen wir mal schauen dass man zumindest mal die wände stellen auf strohbasis und dann müssen die natürlich auch gegratet werden auf holz aber schauen wir mal dann nehmen wir mal die motorsäge in die hand wo fangen wir denn an hier sind gleich bäume so kann man den anschmeißen können mit der taste er könnte die motorsäge anschmeißen jawoll arm fällen die machen wir auch noch weg und räucher die sträucher machen wir weg immer wenigstens eine schöne sicht da ist noch ein baum hinzu legen wir noch und dann würde ich auch den könnten auch noch machen anfänger über lebensfähigkeit jawoll und ich glaube das reicht jetzt einmal müssen wir mal gucken ich lege aber trotzdem hier gleich noch mal einen um den hier die sträucher machen wir auch weg dass wir unsere sachen auch sehen und dann würde ich gerne noch den baum da hinten weg machen wächst ja alles nach ist alles kein problem den hier machen wir noch weg so die kriegt man wieder ein und nehmen wir mal das hier in die hand und das zerlegen wir auch das werden wir nämlich auch brauchen ich würde sagen das legen wir mal hier hin und das tun wir zerkleinern und da machen wir gleich die kleinen stöcker daraus dann können wir ja schon langsam loslegen oh der braucht aber lange da kommt mein freund noch mal ein bisschen und den zerlegen wir noch den hier seile habe ich noch das reicht noch ein bisschen dann können wir auch schon den fundamenten beginnen dennoch da ist noch einer da müssen ja eigentlich noch mehr rumliegen alles da noch hinten hier noch hinten laufen kommen die nächsten ja okay da haben wir jetzt genug dann kletter mal rauf meinem freund dann gehen wir mal ins baumenü und handwerk base building zack nehmen wir mal das erste her und gleich mal die seile rein und gleich noch das zweite seile rein und das dritte machen wir so dann dürfen wir auch schon die baumstämme schleppen und der auch der ist sogar ein rucksack dann haben wir zwei im rucksack das geht schneller und den tun wir da rein brauchen wir nochmal zwei da wird es langsam mit unserer base da sind drei drin da noch einen zerlegt oder hier haben wir drei drin da sind drei drin da ist einer ich dann nicht zwei bäume zersägt und hätten wir jetzt schon mal die zweite reihe fertig das ist ja schon mal was ich möchte aber drei reihen machen baumstämme sind drin such mal wie viel stecker brauche ich glaube das waren immer drei und bräuchten wir jetzt neun stücke 3 6 7 muss reichen sehr schön so und dann setzt man nämlich gleich noch die nächste reihe die baum auf alle fälle es wird heute ein reines bau video so das ist noch markiert zack weil rein ein reichen jetzt reicht es nimmer und da machen wir es aber auch nicht ok dann müssen wir seile machen hier liegt ja genug rum da hätten wir doch bei gegenwände habe ich das seil schon abweichert ähm kräfte ich mache wieder zwei das reicht wieder für das erste einmal und dann nochmal jetzt wieder zwei dann für den hier reichen und für den hier und wieder unser baumstämme ich bin nämlich gerade am überlegen ob ich nicht vielleicht doch eine vierte reihe noch mache aber die base muss eigentlich gar nicht so groß sein ein paar schränke müssen rein und da vielleicht das bett tisch und stühle und das war's also es gibt ja nicht so viele elemente hier ins camp für die base für die inneneinrichtung wer eine kleine hütte reicht vollkommen also mir reicht es wenn ich da meine sechs sieben schränke drin habe das reicht vollkommen aus oder hat man das auch dann brauchen wir aber noch einen haben wir wirklich ein schönes plätzchen ausgesucht mit dem holzfäller paket geht natürlich alles viel viel einfacher ich hätte zwei bäume umgesägt baumstämme ja die reicht da vorne liegt auch noch was das upgraden auf holz also ich upgrade dann immer gleich auf holz weil bevor dass ich dann ändern schränke aufstellt beim upgraden von holz werden ja die schränke dicker werden die wände dicker und dann stehen nämlich die schränke in der wand drin und da gibt es dann immer probleme weil sie tausende zeit und zwei drei wochen gut gehen aber irgendwann verschwinden dann die schränke weil sie eben mit der wand verpackt sind oder in die wand verpackt sind deswegen wo ich schränke oder kisten aufstelle wird alles erstmal auf holz auf geht oder grates gemacht auf holz geht nur noch dieser dann können wir schon die wände machen genau noch zwei stück und dahinten liegt doch was um die bursche du kannst ruhig ein bisschen schneller laufen jetzt fehlt noch eine immer jetzt damit dann haben wir schon mal unsere grund vielleicht doch das passt schon es reicht vollkommen so da brauchen wir noch hier dreimal stückchen 169 stückchen in die da noch rum 12 der rest 67 aber alles sehr schön jetzt ist natürlich die frage hier kommt der eingang hin und bauen wir hier auf alle fälle gleich mal eine treppe ist wichtig wir müssen jetzt dann hin und her rennen wo haben wir sie denn hier haben wir die treppe knallen wir doch gleich einmal hin so wieder drei stöcke links sind auch dann nehmen wir die lange noch mit in den baumstamm dann haben wir schon mal die treppe dann können wir schon mal hoch da waren jetzt da und hoch klettern jetzt kommt natürlich die außenwände dann hier ist die schwarze brauniert zweig waren die setzen wir jetzt da erst einmal hin die nächste fenster mache ich wie immer keine oder wie kann man machen acht stück oder zehn stück blau pausen dann ist ende wenn man jetzt hier 1 2 3 4 5 6 7 8 aber man will das noch gehen sehen ok zehn stück kann man aufstellen mehr geht nicht und was brauchen wir dafür wir brauchen natürlich wieder holzstämme und sehr sehr viele sticks und seil jetzt sagen wir machen uns mit dem rest was hier liegt erst mal seile die knallen wir dann gleich rein und dann holen wir uns nächste baumkrone zum zerlegen 1 2 3 4 5 kriegen wir raus mit messer sind genau zwei seile wir schauen dass wir das gleich während er arbeitet ins inventar nehmen kann geht leider nicht will er nicht und jetzt bei ich glaube noch eine baumkrone da hinten muss ja noch eine liegen bei den baumstämmern da ist sie die zerlegen wir natürlich wieder ja dann haben wir doch heute schon wieder einiges geschafft wenn sie wenn es geschlossen ist dann haben wir ja schon mal gewonnen soll ich liegt es jetzt einmal daher weil sie mich nie genau wenn man es am boden liegt die sich destan zerteilt läuft jetzt bestimmt in die base rein mein freund müssen wir noch ein screenshot machen natürlich läuft es genau vielleicht so wie ich mich drehe vielleicht läuft es dann so kann man schlecht sagen ich mache mal ein screenshot und jetzt zerlegen wir mal das ganze wir brauchen viele viele kleine stecker ich nehme mich gerade schon mal überlegen wie ich das doch mache oder ob ich vielleicht sogar zweistöckig baue ich bin echt schwer am überlegen aber ich kann halt nicht so viel reinstellen das ist das problem ein paar kühlschränke noch generator aber das war es dann schon Möbel gibt es halt leider nicht so viele dann holen wir jetzt gleich alle rein die stücke da haben wir noch drei machen wir noch das hier kommt außer atem ist es so anstrengend hier ist ziemlich warm ja ich glaube das jetzt schauen wir mal wie wir das mal rein kriegen und noch einen das müsste eigentlich aber auch da fehlt noch was wo waren sie denn jetzt da geht relativ schnell ne die wände ausstoß sind sind neu gebaut weil es auch mit drin zack 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 razzi fatzi und das hier da liegt noch was die machen wir noch klein da muss aber noch mehr rumliegen so erst einmal das hier da liegt noch einer den machen wir doch auch gleich klein alle können eigentlich noch müssen wir doch das ganze da noch mit rein kriegen zwei drei vier so wo waren wir jetzt da ist es drin da fehlt es noch da fehlt es noch da ist es auch komplett da fehlt noch welche da fehlt noch welche da fehlt noch eine da liegen noch genügend 1 2 3 4 5 6 mehr brauchen wir gar nicht können baufertigkeit wir sind aufgestiegen sehr schön so dann immer deine mutter säge wo sind die nächsten opfer die bäume was ist denn am nähersten da ist es nicht wo fange ich an ich nehme mal die hier fähre taste und er schmeißt das gerät an wenn es anspringt nochmal 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 ok ok Spritbrauchung Füllen wir halt einfach mal voll, ne? Treibstoff einfüllen So, aber jetzt mein Freund, probier's mal Achtung, Baumfeld Den nehmen wir noch mit Ich würd sagen, den da vorne, den nehmen wir auch noch mit Können wir den da drin auch noch mitnehmen Packen wir hier die Sträucher weg Den auch noch Wächst ja alles nach, nach dem Server-Restart So, und jetzt der Baum noch Ich glaube, das müsste reichen Aber den Busch auch noch weg, dass wir das Holz auch richtig sehen So steck's weg Dann nehmen wir gleich mal mit das Zeug Komm, laufen wir mal ein bisschen schneller Und rein damit Sehr schön Der braucht bloß zwei Ich dachte, das wären drei Okay, zwei Gut Dann geht's ja noch schneller Da hinten liegen noch drei Ein bisschen schneller Könntest du schon laufen, mein Freund Ein bisschen schneller So schwer sind sie nun auch, ne? Die Holzstämme Komm, nehmen sie Rein damit So, mach den Platz sauber Hier, den nehmen wir noch mit Ja, aber jetzt laufe ich über unsere Treppe Das ist einfacher Ja Ich bin schon wieder außer Puste, der alte Mann Ich hab's ja gut durchgezählt, aber Müsste reichen Zwei haben wir jetzt Das machen wir noch eins Dann brauchen wir noch sechs Stück Das reicht auf alle Fälle für die hier Hier liegen noch sieben Stück Passt Der hat die Größe reichen Ja Schauen wir mal Schade, dass ich in den Rucksack nicht mehr Holz reinkriege Schubkarre könnte ich mir zwar kaufen über den Bot, aber das brauche nicht Und ein Fahrzeug haben wir ja noch nicht Aber bald Müsste so um die 4.000 Popcoins jetzt haben Und 6.000 kostet ein Auto Dann können wir bald fahren Aber vorher muss natürlich die Bude stehen Und ich möchte eine schöne Garage So, dann hätten wir das Dann gehen wir wieder ins Baumenü Und Race Building Die Wand ist noch Dann machen wir Hier eine Wand Und dann würde ich sagen Hier eine Wand Und hier Eine Wand Hier machen wir eine Tür Dann rein Jetzt hier noch die Wand Da kommt eine Tür Wo ist sie? Wo ist sie? Wenn sie noch da ist Da ist er Kann man mal, wie es mit der Seile aussieht Vielleicht sind weg Okay So, die nächste Baumkrone Die wisst ihr hier irgendwo Da liegt was Obwohl, da haben wir doch auch was Kleines Ein, zwei, drei Kann man auf alle Fälle auch verwenden Die erste mal klein, die verbrauchen wir Wenn sie schon da liegen, werden sie gemacht Und den nehmen wir noch mit Hat das noch einer Gut Und rein in den Rucksack Mit den hat es auch noch gereicht Den nicht mehr Wollen sie jetzt Sind auch noch welche Seile müssen wir auch noch machen Machen wir jetzt mit denen hier gleich mal die Seile Auf Gegenstände Sternchen Seil anklicken Und dann Machen wir mal Wie viel machen wir denn? Zwei Stück müsste reichen Gut, die müssen wir jetzt nochmal anschleifen Dass sie uns noch kaputt geht Oder dass wir sie nicht mehr auf 100% kriegen Drei Seile Können wir uns leisten Dann nehmen wir die noch mit Hier müssten ja noch mehr sein Jetzt machen wir auch noch klein Den hier auch Warte mal, ich muss unbedingt Schleife, ich bin mir nicht mehr sicher Wie es bei der Axt ist Wenn sie unter 50% mal ist Und man schleift sie nach Weißer, geht sie wieder auf 100% Oder unter 35% Ich will es nicht riskieren Ich will es nicht riskieren, deswegen Anklicken, schleifen Wo ist es denn? Wo ist es denn? Ich habe noch 6 Stöcker 1, 2, 3, 3, 5, 6 Jetzt sind alle noch von den Büschen Da ist es Da hat es gefehlt Da sind sie auch noch Jetzt müssen wir alle haben Also Türrahmen ist fertig Der ist auch jetzt fertig Da ist es drin Da ist es auch drin Also jetzt brauchen wir nur noch die Baumstämme Da würde ich sagen Da liegt ja nichts mehr rum Ah, holen wir uns die da hinten Machen wir die Sträucher weg Dass wir freie Sicht haben Komm ein Freund, was ist denn los? Zieh an So, dann machen wir den hier noch weg Dann haben wir eine schöne Sicht auf die zwei Bäume hier Genau Nehmen wir den da hinten auch noch Den dritten Gut Für die Wände brauchen wir jetzt wieder zwei Stück Und dann steht unser viereckiger Kosten ja schon Das ist ja schon mal Einfach raus Aber es reicht Den nehmen wir noch Die Tür müssen wir um Und ich glaube ich habe noch ein Schloss Müssen wir dann mal in den Schrank reinschauen Oh, ich habe da noch eins Wenn die Tür drin ist Dann ist er schon mal gut Ach ja, oh Ich sehe gerade Der muss was trinken und was essen Jetzt soll er erst einmal die Wände hier fertig machen Und dann Und dann darf er Brotzeit machen Darf er was essen Da liegt noch einer, den nehmen wir mit Und den hier auch Dann sind es noch Türrahmen Es müssen noch drei jetzt sein Ja Ich habe es extra so gewollt, dass die Tür in der Mitte ist Dann müssen wir schauen, dass wir es doch irgendwie drauf fremeln Auf diesem Mal ist er ein viereckiger Kosten Da dürfte es eigentlich keine Probleme geben Gut Ich habe Hunger, sagt er Ja, du kriegst gleich was Jetzt macht die Wand hier fertig Dann machen wir schnell noch eine Tür Dann darfst du was essen, mein Freund So, das ist fertig Base-Building Werk Base-Building Wo ist die Tür? Da ist einzelne Zweigtür Zack, was braucht man? Ein Baumstamm und vier Stöcker Du müsstest doch hier rumliegen Hier haben wir Büsche klein gemacht Eins, zwei, vier Und einen Baumstamm haben wir auch Und schon haben wir ein Zuhause Da können wir uns drinnen verstecken Gut, jetzt schauen wir gleich mal, ob ich hier noch ein Schloss habe Ein Schrank Äh Doch, ich habe noch eins hier, ein Silbernis Eins haben wir ein Verrostetes Rein damit Mach mal zu hier Einfach Schloss rein Zack Und schon ist es zu Und jetzt mein Freund Ja, oh Ich würde jetzt aber irgendwie Wird er nicht so ein bisschen grauer Jetzt darfst du was essen Und was trinken Was trinken wir denn? Erst einmal den Kaffee Dann knallen wir uns noch eine Milch rein Dann nehmen wir mal noch zwei Schlücke Zweiter Schluck So, dann kriegst du ein bisschen Zucker Muss reichen Gut Das Ei darfst du noch essen? Warte mal nicht, dass ich voll bin Nee, ich bin nicht voll Und ein Zucker und Mais kriegt er natürlich So, rauslegen, das ist das Essen Und? Krieg der schon wieder raus Der schmeckt nicht, oder was? Der muss rein So, es steigt mit Sicherheit gleich wieder Muss er pinkeln Gut Dann Würde ich sagen Wir haben unsere Ich mach mal zu, dass wir nicht beobachtet werden So Wir haben unsere Grundfläche Und als nächstes ist natürlich das Dach Was wir drauf machen müssen Und ich würde sagen Das schauen wir uns im nächsten Video an Danke fürs Zuschauen Servus